Aber ich komm aus einem Ortsteil von einem Ortsteil und das ist ein richtiges Kaff, wirklich, da ist nix los. Und dann erklär ich euch, Ingolstadt hat Audi, hat den Q5, bei uns hat die Q6, aus. Sonst nix los, ehrlich, gar nix los. Da fliegen die Daumen zum Kacken woanders hin. Einkaufsmöglichkeiten, ganz schlecht, ganz schlecht, jetzt haben sie den Kaugubi-Automaten weggemacht, ist gar nix mehr jetzt. Ja, wir haben jetzt einen Werbespruch für den Fremdenverkehr, wer ein Mannchen gesehen hat, dem gefällt es überall. Ja, das ist, aber wir sind eines der wenigen Dörfer, die im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert worden sind, weil die Flieger sind drüber und haben hergeschaut und haben gesagt, oh, da glaub ich waren wir schon. Außer dienstags, dienstags ist bei uns immer richtig was los, dienstags, da kommt aber der WLAN-Fahrer. Ja, ich kann das 너무 gut Vielen Dank.